Und was hält Sie nachts wach? Bei Schlafproblemen hilft Baldri Paran stark für die Nacht. Es beschleunigt nicht nur das Einschlafen, sondern fördert auch das erholsame Durchschlafen. Baldri Paran, natürlich Durchschlafen, erholt in den Tag starten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Herzlich willkommen zu Adhoc24 am 13. April. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erwartet erneut eine deutliche Steigerung des Mindestlohns. Auch auf die Tarifverträge in den Apotheken könnte eine weitere Erhöhung sich bemerkbar machen. Denn das Einstiegsgehalt für PKA liegt mit 12,50 Euro nur knapp darüber. Sollte sich die Gehaltstabelle verschieben, wird in der Regel auch das Gehalt der anderen Berufe angepasst, um ein entsprechendes Gefälle aufrechtzuerhalten. Insgesamt könnten die Personalkosten in den Apotheken dann erneut deutlich steigen. Margarete Heidel, Inhaberin der Schönbach-Apotheke im hessischen Asla, musste kürzlich miterleben, wie untauglich die Akutversorgung von Palliativpatienten durch Hilfsmittel wie Kanülen und Spritzen geregelt ist. Nur weil sie das dringend benötigte Injektionszubehör aus eigener Tasche bezahlte und nicht erst auf die Genehmigung durch die Krankenkasse wartete, konnte sie einer sterbenden Patientin die Behandlung mit dem Beruhigungsmittel Mida Zulam ermöglichen. Doreen Wegner, Inhaberin der Lucin-Apotheke in der Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern, hat mit ihren Protestsongs gegen die Gesundheitspolitik vielen FabanzeutInnen aus der Seele gesungen. Im Anschluss an die Aktion Der letzte Kittel gibt sie mit einer eigenen Interpretation von Wenn der letzte Baum gerodet eine weitere musikalische Botschaft gegen die Einsparpolitik heraus. Als Förderprogramm für den Schwarzmarkt hat Apothekerin Melanie Dolfen die Eckpunkte zur Freigabe von Genuss-Cannabis kritisiert. Mit den geplanten Maßnahmen werde Cannabis nicht legalisiert, sondern privatisiert. Sie fragt sich, wo Transparenz, Qualität und Verbraucherschutz bleiben, wenn statt Fachgeschäften jetzt Vereine den Verkauf übernehmen. Mit den neuen Plänen wird ihrer Meinung nach das Wahlversprechen beerdigt. Der Hype ist ungebrochen. Die Lieferschwierigkeiten für Uzembek halten seit Monaten an. Für RezeptfälscherInnen bringt ein lukratives Geschäft mit den teuren Spritzen, die eigentlich zur Behandlung von Diabetes zugelassen sind, aber als Abnehmmittel eingesetzt werden. Aktuell wird wohl bundesweit versucht, dasselbe vervielfältigte Rezept einer Berliner Arztpraxis einzulösen. Derweil freut sich der Hersteller Novo Nordisk über gute Geschäfte und hebt seine Jahresprognose an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017